Das war die Sensation im letzten Jahr. Harvard-Professor Abraham Loeb äußerte die These, dass das interstellare Objekt 1I Oumuamua eine Aliensonde oder der Rest einer Aliensonde sein könnte. Ein Lichtsegel. Fakt war, das Objekt wurde so stark vom Strahlungsdruck der Sonne beschleunigt, dass das nur mit der Beschaffenheit eines Lichtsegels erklärt werden konnte. Sprich, das Objekt musste extrem dünn und leicht sein. Bam! Ein natürlicher Ursprung wäre damit sogar unwahrscheinlich. Und jetzt gibt es eine weitere Studie und auch die sagt, ja, es ist ein Lichtsegel. Und wir wissen auch, woher es kommt und dass es noch mehr davon gibt. What? Clixoom Science & Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen! Als ich vor mehr als 15 Jahren mit den Planungen von Clixoom anfing, schlug mir blankes Unverständnis entgegen. Video im Internet? Wie soll das denn gehen? Die Rechner sind doch viel zu langsam. Und die Übertragungen im Netz sind doch auch zu langsam. Ich? Aber das wird doch alles schneller. Ja, aber! Und dann wurden immer weitere irgendwelche Rahmenbedingungen der damaligen Zeit hergenommen als Argumente gegen Video im Internet. Naja, ich behielt recht. Für die Leute damals war aber eine andere Realität einfach nicht denkbar. Die Prozessorleistungen, die Datenraten von heute waren einfach unvorstellbar. Und so ist es mit vielem. Künstliche Intelligenz wird die und die Fähigkeiten haben in Zukunft. Skeptiker? Niemals! Warum? Weil ihre Vorstellungskraft nicht ausreicht. Oder der Klimawandel. Die Temperatur wird um mehrere Grad steigen. Inseln werden untergehen. Der Meeresspiegel steigt. Nein, so schlimm wird das niemals. Wie wir heute wissen eine krasse Fehleinschätzung. Weil die Vorstellungskraft nicht ausreicht. Oder Oumuamua. Das interstellare Objekt ist eine Alien-Sonder oder ein Teil davon. Diese Möglichkeit bleibt nach der Einschätzung des Leiters der Abteilung Astronomie der Harvard University Professor Abraham Loeb im Moment als einzige Erklärung. Weil er es im Moment anders nicht erklären kann. Was war hier unter den Videos zum Thema los? Mann, oh Mann. Und warum? Weil die Vorstellungskraft dafür nicht ausreicht. Die NASA sagt, dass wir so oder so in den nächsten 20 Jahren Spuren von Aliens finden werden. Also warum soll es dann kein interstellares Objekt sein? Wenn die NASA sagt, in den nächsten Jahren, also in den nächsten 20 Jahren, bedeutet das, in den nächsten 7.300 Tagen wird es passieren. Die Chancen stehen also an jedem Tag 1 zu 7.299. Das ist so unglaublich viel höher als im Lotto eine Million zu gewinnen. Also die Chancen darauf. Und trotzdem passiert das ständig. Wenn wir also ein höchst seltsames Objekt aufspüren, sind die Chancen also mathematisch extrem hoch, dass das genau dieser Moment sein könnte. Und das Einzige, was dagegen spricht, ist die mangelnde Vorstellungskraft. Und jetzt kommt ein weiteres Indiz hinzu. Eine neue Studie unterstützt die These, dass es sich um ein extrem leichtes Objekt handeln muss, das nur so durch den Strahlungsdruck der Sonne beschleunigt werden konnte. Denn wenn das Objekt diese Eigenschaften hat, dann hat es auch eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft. Vor Eintritt in unser Sonnensystem hätte Omo Amor nämlich eine sehr ähnliche Geschwindigkeit in Betrag und Richtung wie die Plejadensterne. Der Autor der Studie Thomas Marshall Eubanks hat daraufhin untersucht, wie sich ein Lichtsegel von den Plejaden zu uns in unser Sonnensystem bewegen würde. Wie würden Staub und Gas im interstellaren Raum auf das Lichtsegel einwirken und seine Flugbahn zu uns beeinflussen. Und auch hier wird wieder die These von Abraham Loeb bestätigt. Ein Lichtsegel würde sich genau so verhalten. Alles passt zusammen, wenn es ein Lichtsegel ist. Bäm. Und er sagt, und hier wären wir wieder bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn es ein solches Objekt zu uns geschafft hat, dann muss es mehr davon geben. Noch ein Bäm. Sein Vorschlag. Wenn wir das wissen, also wenn wir vor allen Dingen wissen, woher diese Objekte kommen und welche Flugbahn sie haben, dann müssen wir jetzt nur noch in diese Richtung schauen und müssten dann solche Objekte mit Monaten bis zu einem Jahr vor dem Durchflug durch unser Sonnensystem mit hoher Wahrscheinlichkeit finden. Dann wären wir in der Lage eine Sonde zu dem Objekt zu schicken, um es näher zu untersuchen. Wow. Das ist wirklich der Hammer. Demnach wären wir in der Lage wahrscheinlich schon bald ein solches Objekt zu untersuchen. Es bleibt spannend. Wie finden wir Aliens? Auf dieses Video klicken hier, anschauen, Neugierzone abonnieren und ansonsten bis dann. Bleibt dran.